Die Sendung wurde live untertitelt. Vielen Dank. Wir haben in der Pandemie die tägliche meine Arbeit erledigt. Also, wir darfst dem Verbrauchung bereit sein. Wir fordern eine mehrere Bezahlung und lassen uns die Sänger wiederholen. Hier wird das Werk. Danke. Dann lachen Sie mich. Dann kann man sich jetzt ans Bittuch holen. Danke, dass Sie auch klare Worte. Das zweite Idee ist in Hesheim, in Aalberg, in Hannover, wie sonst auch. Und da in dieser Stelle auch noch mal. Wir sind heute hier nicht die einzigen, die auf dem Rad steht. Sondern in Hannover, in Lahn, in Burgdorf, in Selle, in Lüneburg und Füßen. Und noch eines weiteren Kommut haben wir uns. Wir wollen die beiden Kolleginnen und Kollegen im Rad steht. Und an dieser Stelle, genau. Und an dieser Stelle, meine Erinnerung, heute von Volk 9.30, gibt es ein Leipzig. Also mit Films und Videos vom heutigen Tag. Von den Wachstuhl, von den Streitenden. Heute, in der Städte, hier in unserem Werkbezirk, kann man nicht verhalten werden. Ich habe auch hier ganz klar, denn die Antworten sind ansonsten auf der Seite des Streitenden. Und jetzt bitte ich mal mit Herrn Gottlieb von Lahnstein. Ich bin der Lahnstedt.